Yo, liebe Leute, schönen guten Tag, Theo hier. Heute will ich mal für mich wirklich meine Lieblings-5-Nintendo-Konsolen euch vorstellen und dazu ein paar Spiele nennen, die diese Konsolen für mich auch unvergesslich gemacht haben, Leute. Ihr seid jetzt auch erstmal gefragt, schreibt eure 5 Lieblings-Nintendo-Konsolen in die Kommentare, Leute. Falls du noch kein Abonnent bist und Bock auf Nintendo-Videos, Smash-Videos, Mario Odyssey-Videos hast, dann abonniere den Kanal, den wirst du nicht verpassen. Ich würde sagen, wir fangen an mit Platz 5, Leute. Viel Spaß! Platz 5 ist eine ältere Konsole und zwar eine Konsole von 1996. Und viele wissen schon, welche Konsole das ist und zwar der Nintendo 64. Die Konsole, die letztendlich die 3D-Optik, die 3D-Polygone salonfähig gemacht hat. Sie hat sich insgesamt 33 Millionen Mal verkauft, Leute. Was für eine mächtige Zahl. Und natürlich Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, Donkey Kong 64, aber auch Smash Bros, was dafür rausgekommen ist, Leute. Diese Konsole einfach legendär gemacht. Die Nintendo 64 gehört zur 5. Konsolengeneration und trägt auf jeden Fall zu dem größten Teil dazu bei, was Nintendo heute ist, beziehungsweise es hat dazu beigetragen. Am 2. Dezember 2004 kam die 7. Generation raus, Leute, und zwar der Nintendo DS. Und meine Fresse, hatte ich eine geile Zeit mit dem Nintendo DS. Wie viele geile Spiele hatte ich, Leute. Allein als Launch-Titel Mario 64 DS nochmal zu spielen, war einfach legendär. New Super Mario Bros, Animal Crossing, Nintendog sogar. Mario Kart war auch super geil für den Nintendo DS. Und das sind jetzt nur die bestverkauftesten Spiele, mit denen ich Spaß hatte. Es gibt auch noch richtig viele geile Geheimtitel. Und die Konsole an sich habe ich erstmal ein bisschen skeptisch betrachtet. Natürlich mit dem Touchpad, mit dem Stift, mit dem Stylus und so. Ist natürlich erstmal ein bisschen kritisch, weil Nintendo da schon angefangen hat mit interaktiven Kram. Aber, Leute, es war perfekt umgesetzt. Und die meisten Spiele haben das nicht mal richtig interaktiv benutzt. Nintendo 64 hatte sich ja 33 Millionen Mal verkauft, Leute. Und der Nintendo DS hat alles gesprengt. Der hat sich 154 Millionen Mal verkauft. Und das ist der Stand von 2015, Leute. Also, wie krass ist das? Also, diese Handhelds ist wirklich, das ist Nintendos Ding. Und deswegen kann ich auch den Schritt von der Nintendo Switch verstehen, dass sie das einfach fusioniert haben. Jetzt kommen wir zu einer richtigen Herzenskonsole, die sich leider sehr schlecht verkauft hat. Für Nintendo-Verhältnisse natürlich, Leute. Und zwar der Nintendo Gamecube am 14. September 2001. Und zwar die sechste Konsolengeneration von Nintendo. Hat sich nur in Klammern 21 Millionen Mal verkauft. Das erfolgreichste Spiel auf dieser Konsole war Super Smash Bros. Melee. Was ich ziemlich cool finde. Natürlich Wind Waker kam auch dafür raus. Twilight Princess natürlich. Und mein Favorit natürlich Mario Sunshine. Einfach legendäre Titel, die einfach richtig cool waren. Und außerdem muss man sagen, da hat Nintendo noch einen Schritt gewagt, den sie heutzutage nicht mehr so gehen. Und zwar einfach mal richtige Leistung reinzudonnern. Und weil im Vergleich zu den Konsolen von Sony und Microsoft war der Gamecube damals leistungsfähiger als die Playstation 2 und die erste Xbox. Heutzutage wissen wir ja, die gehen eher auf die Games, auf die Innovation. Und nicht so doll auf die Leistung, sondern eher auf den Spielspaß. Aber da haben sie noch Leistung reingedonnert in die Konsole. Außerdem hatte sie in Lust den kleinen Tragegriff, was sie auch einfach absolut feier. Und der Controller ist einfach legendär. Und deswegen kommt er jetzt auch nochmal für die Switch raus von Nintendo selber. Weil sie einfach gemerkt haben, der ist legendär. Der ist einfach super. Und deswegen Nintendo Gamecube einfach eine legendäre Konsole. Eine Konsole, die sich wieder ein bisschen mehr verkauft hat, beziehungsweise ziemlich oft, ist natürlich der Gameboy Advance. Und der ist auf meinem zweiten Platz als sechste Generation. Und zwar hat er sich 81 Millionen Mal verkauft. Erfolgreichste Spiele auf dem Gameboy Advance waren Pokémon Rubin und Pokémon Sophia. Mit 16 Millionen Verkäufen. Das ist wirklich krass, Leute. Und zwar der Gameboy Advance. An sich nichts Spektakuläres damals. Aber ich habe so viele Stunden, hunderte Stunden, tausende Millionen Stunden gefühlt mit dem Gameboy Advance verbracht. Und zwar nicht nur den ganz normalen Gameboy Advance. Den hatte ich zwar auch damals, als er rauskam, am 21. März 2001. Aber ich habe ganz viele Stunden mit dem Gameboy Advance SP verbracht. Wo Nintendo gemerkt hat, okay, die Bildschirmäer brauchen langsam Licht. So, und dann haben sie den SP rausgebracht. Und der ist einfach geil. Es gab später noch den Gameboy Micro. Den habe ich mir auch noch geholt. Und Leute, die Spiele sind ja einfach legendär. Ja, wie gesagt, Pokémon Rubin, Saphir, Smaragd, Feuer, Rot, Blatt, Grün. Die sind einfach absolut geil. Die Mario-Titel sind geil. Mario vs. Donkey Kong. Mario & Luigi Superstar Saga. Barrioland. Und so viele weitere unendlich geile Titel. Die einfach für mich damals meine Kindheit geprägt haben. Unter der Bettdecke heimlich noch weiterspielen, Leute. Und ihr kennt das alles. Und deswegen der Gameboy Advance SP, um genau zu sein. Auf Platz 2. Auf Platz 1, ihr könnt es euch schon wahrscheinlich alle denken, ist die Nintendo Switch. Weil sie einfach so perfekt ist. Also wirklich, die Konsole an sich ist perfekt. Die Spiele, die es dafür gibt, sind noch nicht so knackig, muss man dazu sagen. Insgesamt hat sie sich noch nicht mal 20 Millionen Mal verkauft. Ungegenau zu sein, 17 Millionen Mal. Ist auch schon nicht schlecht dafür, dass sie erst ein, zwei Jahre alt ist. Am 3.3.2017 kam sie raus halt mit Breath of the Wild. Was natürlich das Non-Plus-Ultra war. Dennoch ist das meistverkaufteste Spiel im Super Mario Odyssey mit über 10 Millionen Mal, was richtig viel ist. Und die Konsole, ihr wisst, ihr kennt sie ja, die Switch. Das ist einfach eine legendäre Konsole. Die ist einfach sowas von geil. Alleine der Fakt, dass es ein Hybrid ist, also beziehungsweise man mitnehmen kann, handheld-mäßig es bedienen kann. Aber auch jetzt am Bildschirm, richtig in der Dockingstation. Ist einfach richtig gut. Und natürlich Breath of the Wild, das beste Zelda, Super Mario Odyssey mit, wenn nicht sogar das beste 3D Mario Abenteuer. Jetzt fehlt nur noch ein 2D Mario Abenteuer. Die Pokémon-Spiele müssen mal rauskommen langsam. Und damit war ich nicht Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu, sondern die nächsten richtigen Pokémon-Spiele. Smash Bros. kommt ja zum Glück jetzt im Dezember. Dann hat die Konsole fast schon alles, was sie braucht. Jetzt seid ihr mal gefragt, schreibt eure 5 Lieblings-Konsolen in die Kommentare. Mich würde es wirklich interessieren, was eure Lieblings-Konsolen sind, beziehungsweise wie alt ihr seid. Dann kann man das ungefähr einordnen, ob der Game Boy Advance überhaupt noch für euch eine Konsole war damals. Oder war es gleich der Nintendo DS oder 3DS sogar bei manchen. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo. Euer Theo.